Hallo meine Pizza-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute der liebe Luke. Hallo. Und wir werden heute eine runde Showdown spielen, oder mehrere. Und ja, mal gucken, wie schlecht wir sind und keine Ahnung was. Ich bin sehr gut in diesem Spiel. Ich habe schon mal einen 10er Killstreak gehabt. Lol. Also, du weißt, was ein Killstreak ist, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich bin normalerweise... Hä, ich bin irgendwie gestorben. Ich auch. Was? Oh, ja, jetzt bin ich Outlaw. Hä, bist du auch? Hä, ich bin schon wieder gestorben. Ich auch. Was? Ich habe schon zwei Tore. Hä? Nichts GG, ihr seid Hacker. Was? Das steht einfach im Chat. Hä, ich verstehe das nicht. Ich habe meine Waffen noch und so. Ja, moin. Hä? Wiederbelebung in... Ja, genau in 20 Sekunden. Ist klar. Hä? Äh, ich sterb irgendwie... Was? Oh, komm, lass uns bitte die Runde verlassen. Bitte. Bitte, das ist so... Okay, wir sind erstmal direkt so bei irgendwelchen Hackern gelandet. Kein Planlosen-Scheiß. Ähm... Fragezeichen soll. Ja. Gut, wir sind auf Hollywood. Ich hasse diesen Map irgendwie. Ja, das war richtig Domegrad. Perfekter Start, aber. Kennst du... Oh, ja. Ich geh gar nicht mal rum. Hinter dem Bild. Da muss die Treppe auch runter gehen. Ach! Ich seh deinen Name-Tag. Ja, guck da kommen noch andere durch. Hier. Ja? Komm durch. Komm durch. Was! Was? Du sprengst einfach runter! Was? Ah! Du bist auch Outlaw, oder? Äh, ja. Ja, genau. Ich seh's grad auf Tab. Und bitte lass diesmal keinen Hacker in der Runde sein, danke. Was hast du eigentlich für ein Schwert? Ich bin tot. Äh, ich hab so eine Lone-Route. Ich auch. Hä? Ja. Boah. Alter. Soll ich gar nicht... Luftangriff zu machen? Was? Oh Mann, ich bin grad so dumm gestorben. Ach, kommt schon alles ab. Alter. Ich hab die ganze Zeit getötet. Ich bin auch grad gestorben, da stand einfach wer neben mir. Ja. Ja, bei mir auch. Ich hab irgendwie immer noch null Kills, das ist voll traurig. Ich hab zwei Tote und null Kills. Das ist so voll der Vorführeffekt. So, yo, ich bin so voll gut in diesem Spielmodus und dann so... Oh, ich hab jemanden getötet. Ja, lol. Ähm. Hä? Also, ja, ich bin so voll gut in diesem Spielmodus und dann stoppt man in der Aufnahme die ganze Zeit nur. Ja, lol. Boom, ein Kill. Glückwunsch. Ach, nee. Oh, fuck. Oh mein Gott, ich werd einfach sterben. Oh, nee, ich bin doch von der Straße runtergekommen. Das war knapp. Ich hab mich gerade irgendwo in einer Gasse verzogen. Keine Ahnung. Ja, ich auch. Oh, ich hasse diesen... diesen... Stun. Das heißt ja Stun, glaub ich, oder? Oh, Stunt. Stunt, ich weiß es. So, ich komm langsam aus meinem Versteck raus. Boah. Oh mein Gott. Auf was mit der Distanz hab ich gerade einen geholt. Wie krass war das bitte? OMG. Boah, ich werd grad von zwei Typen gleichzeitig beschossen. What the fuck? Ah, das ist klar. Was? Was? Wie bin ich grad gestorben? Och, Mann. Wie bist du denn grad gestorben? Ich hab... Also ich bin in diesen Pfeilen von so einem Typen halt die ganze Zeit ausgewichen, bis ich an ihm dran war. Und dann wollte ich ihn in Nahkampf töten mit meiner Lohnroute. Oh. Und habe einfach viermal neben ihn geschlagen. Ernsthaft? Ja. Das ist richtig dumm. Alles klar. Läuft. Boah, ich bin so über der Sniper. Ich twitter die Leute mal auf voll weite Distanz. Alles klar. Hä, was? Wie bin ich grad gestorben? Okay. Ach, ich glaub ich bin an dem Stunt gestorben. Hallo. Wie scheiße ist das bitte? Ich war einfach halt jemand mit auf der Straße. Ja, da war das Spiel sowieso rum. Egal. Ähm. Ich hab auch noch so andere Runden aufgezeichnet. Also, für meinen YouTube-Kanal, die hab ich aber irgendwie nie hochgeladen. Da war ich richtig gut. Also ich hab damals, als ich gespielt hab, einfach jede Runde aufgezeichnet. Und hab dann die besten rausgesucht. Ja, dann hab ich gelöscht. Hallo. Und... Ja, wirklich. Ich hab so nen Ordner. Da sind halt... ...alle... ...Trolldown-Spiele drin. Und ich bin irgendwie grad einfach gestorben. Hä? Kann ich sein, dass du da runde herfallen bist? Ja, aber warum zählt das als tot? Wie soll ich sagen? Ähm. Das ist sozusagen ein Haifischbecken. Boah, lol. Der wär grad einfach ein Sheriff und ich dachte, der wär gegen uns. Oh! Da kommen da ganz viele Terroristen. Die laufen... Was? Die laufen einfach... Ja, das ist so... Wie... Wie heißen die da? Ja, die heißen doch Terroristen, oder? Nee. Outlaw. Also... Warte, was heißt Outlaw? Ahnung. Entlarvte. Ja, entlarvte halt. Ich hab grad gemerkt, dass... Ich auf... Die Feier... Ich hab grad von nem... Ich wurde grad von nem Pfeil getroffen und bin nicht gestorben. Ich hab grad zwei Leute im Nahkampf getötet. Ich bin richtig gut, was Nahkampf betrifft. Boah, warum können diese... diese Outlaws eigentlich überall über die Decke laufen? Das ist voll nervig. Das können wir auch, indem wir einfach hochgehen. Ja, ich weiß aber nicht, wo die Treppen sind. Und stehe voll hinter Beschuss. Oh, äh... Oh, äh... Oh, lol. Mein Minecraft crashed irgendwie grad... Oh, nee, doch nicht. War aber fast so. Irgendwie hat mein Minecraft angefangen... Irgendwie hat mein Minecraft angefangen, so... Keine Rückmeldungen zu bekommen. Grad von ganz kurzem Moment, so für 1-2 Sekunden. Oh! Oh mein Gott! Fünfer Killstreak einfach! Was? Ich hab grad drei Leute hintereinander getötet, die aus so ner Kasse rauskamen. Oh, cool. Direkt hintereinander in halb einer Sekunde oder so. Oh mein Gott! Sowas passiert mir eigentlich so richtig oft, wenn ich... Also in meinen guten Runden halt. Oh, lol. Also, wär ich jetzt nicht am Anfang dieses Becken gefallen, dann hätt ich jetzt noch 0 Tode. Tja. Ernsthaft? Ich hab einfach nur 4 Tode. Ich bin schon hier gestorben, jetzt hab ich 5 Tode. Und... Kills? Drei! Was ist das? Drei! Ja, ok, das geht noch. Find ich. Es geht auch noch schlimmer. Yo, ich... Ich wollte jemanden auf ne ganz weite Distanz zum Bogen töten. Schieß einfach und treff jemanden, der gerade irgendwo runterspringt. Was? Das war jetzt komisch. Aber gut. Egal. Boah, kennst du diese Quickscoper, die einfach hingehen und... also die dann immer einen Bogen in der Hand haben? Und wenn du um die Ecke kommst, dann spann die sie ganz schnell und schießen. Kennst du die? Ja, so einer hat mich grad noch am Ende geholt. So einer war ich... Früher, kennst du Rage Mode? Aufkomme. Rage Mode? Sagt mir im Moment nix. Da... Also es war so, du hattest eine Axt, die du werfen konntest, aber nur ein einziges Mal. Einen Bogen mit Explosivpfeilen und ein Schwert. Und alle Sachen haben dich halt mit einer einzigen Attacke gedötet, weißt du? Ach so, ja. Und dann gab's... nee, dann... es war alle gegen alle. Und ähm... Damals hab ich auch immer nur mit dem Bogen gespielt. Nur mit Bogen und Axt. Die Axt hab ich dann am Anfang mal einmal verworfen und dann hab ich nur noch mal Bogen gespielt und hab immer nur gequickscoped. Also immer nur ganz schnell gezogen und geschossen. Boah, Mann, ich bin grad so dumm im Zweikampf gestorben. Mann. Ja, ich hab den Pfeil richtig knapp an ihm vorbeigeschossen und dann hat er mich erwischt. Das ist immer so richtig traurig. Das sind so Sad-Life-Momente. Ach, Mann, schon wieder gestorben. Hey! Das war ein Miet... äh, Miet... ja. Mitglied von uns! Äh, ganz ehrlich, ich hasse diese Falltür, die da ist auf dieser Map. Ich hasse sie einfach. Ist so blöd. Ich bin nicht alleine. Ich mag's auch. Boah, Alter. Ich bin schon wieder gestorben. Wow, ich hab null Kills und null Tode. Ich hab einen Kill und drei Tode, verdammt. Irgendwie grad wieder diese Runde richtig schlecht. Ich bin schon wieder gestorben, das ist doch nicht normal. Ich sterb irgendwie immer nur im Zweikampf. Ach, Mann, oh. Ah, ich seh dich. Was machst du hier? Äh, ja, bewachen. Keine Ahnung. Ah, nein! Der Schuss hätte gesessen. Ich bin schon wieder gestorben. Als ob ich den nicht treffe! Oh, mein... Ich bin gestorben. Was? Tuntone... Kaffee... Ja, hat mich grad getötet. Keine Ahnung, ob ich's richtig ausgesprochen hab. Englisch ist nicht so mein Stil. Ah. Ach mein Gott! Da kam ja welche von oben! Oh. Oh nein! Ich hatte jemand gesniped. Oh, Mann, oh. Oh, no. Ach. Ich kämpf irgendwie gerne auf weise Distanzen, aber wenn mich dann jemand mit dem Bogen auf so ne richtig weise Distanzen versorgt, ich mein, das war jetzt nicht so weit, aber... Wenn das mal jemand macht, dann... Dann bin ich irgendwie immer voll... genervt. Ja. Wie viele Kids und Tode hast du? Ich hab zwei Kids und sechs Tode. Das ist so schlimm. Ich bereue das grad richtig. Ach, irgendwie darf mir sowas nie wieder passieren. Was eben passiert ist. Aber es wird trotzdem irgendwann immer wieder passieren. Es hängt... Also, ich sag ja immer, dass es glücklich ist, wie viele Kids man in der Runde... Ich bin direkt am Anfang wieder gestorben. Jetzt hängt schon wieder an. Es ist jetzt nicht wahr. Wenn ich jetzt noch einmal einfach so sterbe, dann quitt ich einfach direkt... Ja, komm! Komm, bitte. Bitte lass uns quitten. Okay. Mann, warum... Bist du auch niemals gestorben? Ich bin einfach direkt zweimal hintereinander gestorben. Es... Es ist einfach total unnormal. Weißt du, dieser Moment... Wenn du mitten in einer Aufnahme bist und dich jemand anstrengst... Wir sind schon wieder auf der Map. Nein. Okay. Tschüss. Ich glaube, ich hab das Spiel verlassen. Irgendwie ist das bloß für die Aufnahme, aber egal. Schwamm drüber, allein ich trotzdem hoch. Ja. Ja. Kennst du dieses Video... Kennst du dieses Video irgendwie... Danke für jetzt... Für 5 Abonnenten oder sowas? Ja. Wo der jetzt sich so für 5 Abonnenten bedanken will und dann... Verstottert er irgendwie rum und dann schreit er so rum. Och nö, nicht schon wieder. Ich lad's jetzt einfach trotzdem hoch. Oh man, das ist so lustig. Lass uns zwar schauen, ob man hier über die Hügel drüber laufen kann. Ich weiß es zwar nicht, aber egal. Ich bin mal... Damals... Also... Was heißt damals? Vor ein paar Monaten... Bin ich immer... Äh... Zum Map... Äh... Map... Ja, hi. Ähm... Mapende gelaufen. Ja, und? Ja, geht das jetzt endlich weiter, oder was? Nö, da sind irgendwann mal Barrieren im Weg. Also unsichtbare Blöcke. Ja, ich weiß schon. Ich bin schon am Ende angekommen. Äh, wo bist du? Ich find dich gar nicht. Ich bin hier irgendwo nirgendwo. Äh, ja, ach, seh dich. Ich weiß nicht, wie ich gerade ausgelaufen. Lol, hier geht's auch nicht mehr weiter. Äh, ja. Ja, genau. Einfach nur, lol. Das sind so viele Barriere Blöcke. Äh... Weißt du, wie man die in Vanilla bekommt? Äh, ja. Mit Command. Also Befehl. Ja. Das stimmt. Hm. Ich benutze sie auch manchmal, aber nicht so oft. Ich benutze sie sehr, sehr selten. Kennst du auch den Befehl, mit denen man die bekommen kann? Ja. Ja. Kenn ich schon. Aber ich hab den so lange nicht benutzt. Ey. Ich weiß nicht mehr, wie man den zusammenblickt. Also. Wie denn auch. Ich kann dir das alles schreiben, wenn du willst. Kenn ich ja super mit Comments aus. Aber, ähm. Ja. In der 1.13 oder so ist das natürlich immer wieder was anderes mit den Befehl. Dieses System ist so schlimm. Diese Autokorrektur, was auch immer das ist. Es ist so schlimm und man kann keine richtigen Befehle mehr irgendwie, keine Ahnung, eingeben. Ich kann zum Beispiel keine, ähm, keine Items mehr einfach, äh, also einfach verzaubern oder sowas. Das geht einfach irgendwie nicht mehr. Ich bin schon wieder gestorben. Nee, nee. Wieder. Was ist denn bloß los? Ich versteh das nicht. Ich versteh das eher die Map. Ähm. Ja. Wir sollten jetzt vielleicht noch eine Runde spielen und dann ist fertig. Denn. Nein. Und. Lass mich erstmal auf ne Map tun, die vielleicht, äh, heiß so. Oh, wir sind auf der anderen Map. Gut. Die Map mag ich zwar auch nicht, aber egal. So. So. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Das wäre echt zu schrecklich. Ich kann mich irgendwie nicht bewegen. Ja. So, jetzt kann ich ja auch bewegen. Krass. Woo. Ähm, kein Kommentar dazu wie ich gerade gestorben bin. Was war, bist du ins Loch gefallen oder? Nein. Wie dran. Ich wollte eigentlich nur, ah, oh mein Gott. Was, du wolltest doch was. Du wolltest doch was. Oh, bin gestorben. Eigentlich wollte ich nur bei diesem Geheimeingang zu diesem großen Raum, bin gestorben, reingehen. Du bist runtergefallen. Du bist bei den Stufen runtergefallen. Nein, ich wurde abgeschossen, weil da auf einmal die Blaue hochkam. Ach, lol. Äh, ja. Es gibt dann noch so ein, nee, so zwei Räume auf dieser Map, bei denen ich mich echt frage, warum sie existieren. Das ist, also diese, guck mal hier, warte mal, dreh dich um, dreh dich um. Hier bin ich. Schau mal. Okay. Ach, fuck, guck mal. Diese Räume sind einfach so unnötig. Und zwar, als allererstes mal, dieser Raum. Siehst du, hier einfach, da kann man nicht rein. Ist einfach total unnötig. Oh mein Gott. Was, wer schießt hier die ganze Zeit? Ähm, und dann gibt es da noch, äh, nee, war das bei der nicht, sorry, der hat einen Sinn, einen Nutzen. Ähm, und zwar war das der Raum hier. Er hat einfach keinen Nutzen. Außer, dass man sich in den Tod schützen kann. Ah, Vorsicht! Was war das krass? Ich wurde einfach getötet, oh man. Es war einfach so, du hast so aufgeguckt, oder war ich tot und du schreist so, Achtung? Oh man. Es war irgendwie gerade richtig dumm. Wow, ich habe einen Kill und fünf Tode. Ich habe einen Tod und, äh, sonst nichts. Was war das? Fragst du euch nicht manchmal, warum sich Pfeiler eigentlich nicht entzünden, wenn du durchs Feuer schießt, sondern nur, wenn du durch die Lava schießt? Ja. Ja. Äh, lol. Also, ich meine, ich finde das schon ein bisschen komisch, aber gut. Ja, warum entzünden die sich? Hä, ich bin einfach gerade gestorben. Einfach so. Äh. Okay. Ich bin gerade schon richtig schlecht. Ja, ich lebe noch. Ja. Okay, lieben, 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 lieben. Wie wir einfach schon geliebt sind, einfach nur, lol. Okay, willst du auch noch tschüss sagen? Ja. Tschüss. Ähm. Lol. Ähm. Ja. Also, tschüss mal, tschüss, Freunde. Und bis übermorgen oder wann das nächste Video kommt. Und, ja. Tschüss, Luke. Tschüss. 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 Tschüss.